Morgens beim Kühezählen. Da liegt Coloreda und ein Teil der Rinder sind da ganz ganz hinten. Da gehe ich nachher noch mal hin. Dann fange ich hier mal an. Hier liegt Oma Lehnchen. Oma Lehnchen hat bald Geburtstag, wird 19 Jahre alt, ist die Mama von Emil. Anton Plüsch. Könnt ihr sehen, er bekommt schon wieder ein Plüschfell, kleine Locken. Sein Winterfell wächst. Und Lady Velle. Ja, wir haben die letzten Tage mal gemessen, wie viele Kilometer wir jeden Tag laufen. Also das sind locker zehn Kilometer. Im Schnitt sind das zwölf, dreizehn Kilometer, die wir täglich vorwiegend hier auf den Weiden laufen. Ja, das ist die hübsche Jette. Da gehe ich mal ran. Jette ist immer ganz sauber. Hallo Jette. Ups, hier ist ein Graben. Elli. Hallo Elli. Und links Martina, die Mama von Martin. Und Uschi. Uschi ist müde. Und da hinten gehe ich mal gucken, da liegt Riesenbaby Matis mit Mutti. Er schläft. thời sie bleibt. Waschi. Alles immer wieder. Nicht glücklich. AllesFX. Ein rad. Wir machen letztend. Wir gucken 42, du bist. Wolfen, donne kommt 14. Schuldig. Wir gucken einmal повтор. Oh, Baby, schlaf mal weiter. Und da links, das müsste hinten links Elsa sein. Und das Julchen. Die Manuela. Die Flotte Greta. Die Flotte Greta. Emil. Fiene. Da schläft Emma. Wow. Und hier fällt Anna um. Fast umgefallen. Na, Anna? Und der Martin. Gut. Vor mir liegt noch Fiete. Und dann gehe ich in die nächste Gruppe und ziehe. Aber ist ja alles in Ordnung.